Ja, das wäre sinnvoll. Also, geht's weiter. Kann schon einfrieren. So kalt hier. Äh, 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 so. Erstmal ein Schild dagegen. Ja! Was, seit wann? Gerade eben! Schon wieder so gut? Also, ich hab, ich hab, nein, ich hab was gesagt, was man als Anmoderation, eigentlich erkennen können sollte. Was? Nein. Doch, ich hab gesagt, dass wir wieder da sind oder so. Irgendwie so. Irgendwie so, was musste ich gesagt haben. Also, hast du den Pferd jetzt aufgenommen oder nicht? Nein, hab ich nicht. Ich hab gerade eben erst gestartet. Nachdem ich dir gesagt hab, dass du weiter, äh, eisen kannst. Fuck mal, Alter. Ich bring mich ja um. Oh, shit. Da, die Äxte da oben. Ach, scheiße, ich will da rauf. Das geht, glaub ich nicht. Pass auf, dass du jetzt nicht stirbst. Das war ernst gemeint. Der Axt tut auf dich. Yes, ich bin oben. Okay, dann viel Spaß da oben. Hoffentlich überlebst du. Ah, so. Oh, shit. Pass auf, der eine... Ja, genau. Behebe mich wieder schnell, bevor dann irgendwas Dummes passiert. Nein! Du bist doch wieder tot. Ja, der Hohensohn lässt mich nicht fertig halten! Lebe mich wieder. Und dann schauen wir mal, wo es weiter geht. Achtung, der trifft mich gleich mit seiner Kack-Axe. Ja, der hat mich mit seinem Stein getroffen. Wir müssen die jetzt töten. Und dann können wir den Action Champion mal gescheit speichern. Okay. Ach, du lebst noch. Ich wollte dich gerade wieder bewegen. Ja, ich habe ein Schild. Ich habe so ein Schild gemacht. Nein, funktioniert... Hey, was zur Hölle! Ich habe gezaubert und es ist nichts da. Hä? Und auf meiner Leiche sind die Elemente, WTF. Oh, ich sag mal, das war knapp. Ich scroll gerade hier nur alles durch. Ich bin tot! Achtung! Ich sag, was du tust. Okay, ich kümmere mich zuerst um die Eidexe. Die ist schneller erledigt, schätze ich. Ah, super. Die trifft man da. Okay, ein Zwerg ist hinüber. Da bin ich schon mal froh. Fuck, ich wollte den eigentlich runterwerfen, aber... Au! Belebe mich wieder! Genau das wollte ich tun! Tja. Aber er hat ein Erdbeben gemacht und naja, damit hat er das abgebrochen. Mich hat es gewundert, dass Eis so wenig Schaden heute macht. Geht es jetzt hier weiter? Äh, ja, wahrscheinlich. Äh, 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 ja. Oh! Oh, Mann, ey. Äh, du hast auf deine Dinge... Du hast nicht rechtzeitig den Knopf gedrückt. Ich bin mir auch manchmal... Du hast dich vielleicht selber eingefroren, ich weiß nicht. Hier ist ne... Ah. Oh, hier geht's abwärts. Das ist zwar ein Lava-Pfall. Gleich wollen wir da hoch. Scheinbar. Wir hätten jetzt wahrscheinlich drüber teleportieren sollen. Ich werde jetzt sterben. Jetzt bin ich tot, ich wusste es. In dieser blöden Sequenz. Macht ja mal kein Heimschild. Ja, normale... Ich hab eh gar nicht gedrückt. Ja, anscheinend schon. Na, die sind auch gut. Sonst Heilsteine? Ja, die... Die müssten heilen, wenn sie explodieren. Ja. Oh, Mann, ey. Gut. Okay. Sollen wir die Totenbeschwörung schon reintun? Willst du das wirklich versuchen? Ja, wir müssen den doch damit töten, anders geht's doch nicht. Nein, nein. Was? Warte mal. Du hast gesagt, Totenbeschwörung oder Gramm? Teleportieren zwischen Schwanz und Bauch und QSR Spammen. Nein, das ist die One-Hit-Kill-Taktik. Man kann ihn auch normal besiegen. Aber One-Hit ist er mit unserem Dingens, oder was? Mit dem Tod, ja. So. Wow, ist der groß, Alter. Servus. Könnt ihr auch aufstehen? Da flägt er weiter. Kann der reden? Nun, wir sollen ja mit ihm reden, nicht wahr? Nein, es geht nicht ums Geld. Äh, bam. Ich hoffe, der will jetzt nicht dich umbringen. Nun, in der One-Hit-Kill-Taktik steht, man soll hinter Pfaffen hier teleportieren, bevor man den Tod beschwert. Ich gehe einfach zu Fuß. Aber ich komme nicht an. Hey, also bei mir hat der versucht, dich zu töten. Ja, mein Tod hat mich jetzt auch getötet. Ach, egal. Ist doch lustiger, wenn wir ihn richtig besiegen, als nicht. Nein. S-R-Q. Nein. S-R-R-Q. R-S. Ich bin gestorben. Aber irgendwie kommt der Tod nicht. Oder war der bei mir? Aber eigentlich sieht es dann anders aus. Ich höre aber immer noch die Tod-Musik, ehrlich gesagt. Aber ich höre die nicht mehr. Oh, shit. Der will mich wieder umbringen. Gut, dass ich mich schnell... Du bist du düster hier. Gut, dass ich mich schnell genug bewege. Der Tod ist aber schon fies. Ja, warum will der uns töten? Ich kapiere das nicht so ganz, aber gut. Wir sollen ihn doch callen. Ich will ein Teleport. Ah! Fuck. Dann das da eben. Das funktioniert. Ich stehe mitten in dem drin. Ich stehe mitten in dem drin. Der greift wahrscheinlich an, aber ist wahrscheinlich zu weit weg vom Gegner, um das irgendwie zu checken. Dann noch einer. Ich weiß nicht, wie die Dinger funktionieren. Tja, dein läppischer Feuerball tut nichts zur Sache. Komm. Wir müssen ihn quasi in den Magen hauen. Komm, Tod. Der Tod will schon wieder mich umbringen. Aber er hat anscheinend ihn getroffen. Was? Er ist zumindest gestorben, oder? Ja, er ist tot. Und das Tränen, oder was ist das? Ich glaube, er schwitzt einfach nicht. Oh, Gott. Wo sind wir das vielleicht? Geh, fass nie, du seist nicht. Ach, du Gammelsen, wenn der bist du schon hat, den lieben Gott. Hier ist es dafür, du kamst in dir hoch. Oh, Mann, ey. Alleine Verkörperung. 20 vor 21. Oh, Mann. Oh, Mann. Hey. Faff nie erledigt. Ich hätte nicht gedacht, dass der so cool ausschaut und so groß ist. Er ist ein Drache, was erwartest du? Nichts so groß ist. Wie immer unzählige Stresssituationen, sinnvolle Sätze zu formulieren, hatten die Zauberer das Glatt, der Hack mir anbelangt und ihn beinahe getötet. Zum Glück ging die, äh, ging Futurus Blatt noch rechtzeitig dazwischen. Da sie Assatee nun per Magie in die materielle Welt noten konnten, waren die Zauberer endlich bereit, den Mega-Dämon-Welps herauszufinden. Ist Futurus Blatt jetzt der Erzähler? Ja, was? Ja, er hat ja erst ich gesagt. Aber er hat ja erst ich gesagt. Oh, Mann, Gott. Okay, das Zeichen war wieder. Hä? Was? Oh. Warum? Ach, nein! Ach, wir durften uns schon bewegen? Ja, natürlich! Der Boss ist gekommen, Bossleiste war da! Ist so logisch, dass wir es bewegen dürften. Oh, ach, jetzt verstehe ich. Ich hatte das Magiker-Fenster nicht ausgemeldet. Deswegen hat nichts geklappt. Und kein Mauszeiger da. Ich wollte... Ja, ich skipp ihn dir. Ich wollte eigentlich fragen, wie weit... Aus wie weit Zukunft kommt Futurus Blatt eigentlich? Nur, der hat fast vergessen, dass wir gegen ihn gekämpften. Oh, Mann, Mann. Hat er das gesagt? Aber wieso fühle ich mich so... ...fall? Warte mal, bringt das was? Wenn der Einsatz... Das ganze Leben ist doch nur ein Schild. Oh, WTF. Wieso ist das so effektiv? Donnerkeil ist immer effektiv gewesen. Kontrollpunkt. Oh, danke. Gut. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wo hier die nächste... Als nächstes kommt Vortex. Ah, das kriegen wir erst, wenn wir den Final Boss besiegt haben. Oh, okay. Hä? Was bringt uns das dann noch? Oder brauchen wir das... Kriegen wir das während des Kampfes und brauchen das, um ihn zu besiegen. Das könnte auch sein. Loll. Der letzte kommt in den Credits von den Moos. Ja, ich hab dir gesagt, der L fällt uns auf den Kopf. Voila. Das heißt, er sagt aber nicht, dass er in den Credits ist. Oh, hab ich vergessen zu erwähnen, dass es in den Credits passiert ist. Warte mal, in den Credits... Den kann man nicht übersehen. In den Credits waren wir aber unsterblich, oder? Schau mal, wir sind wegteleportiert worden. Warum mussten wir gegen den überhaupt kämpfen? Gerade eben. Wollt ihr unsere Ich-Fahrer von Abhaltend umzubringen? Ich verstehe den nicht. Nein. Verkörperung. Funktioniert nicht. Ich bin irgendwie total nass. Das nervt. Ich brenne jetzt. Ich bin jetzt tot. Ah, nein! Du bist rausgeflogen. Also, wenn du rausfliegst, musst du eigentlich nur rein teleportieren wieder. Ja, das kann ich mal so schnell eintippen. Ja gut, kann man schon, weil es ja ein Charity Spell ist, aber... Daran denke ich doch nicht. Ja, das ist alles. Na ja, wie interessiert das schon. So, nehmen wir das hier, das... Das stimmt nicht. Ich hatte einen anderen Opa an damals. Das bedenkt das Spiel nicht. Schon wieder ohne I. Was soll denn das? Oh, scheiße. Ich wusste nicht, dass er ein Schild macht, man. Ja, aber fach und benutzt es hätten. Und jetzt! Ah, warte, fach. Zum Glück. Ich bin noch in der Map. Ich habe das gerade. Ich bin noch im Leben. Ich bin ASA. Äh, ich bin, glaube ich, tot. Ich habe dich gerade wiederbelebt. Hast du nicht. Ja, aber ich habe es gedrückt, als du runtergefallen bist. Aber scheinbar warst du noch nicht tot genug. Mann. Ich war nur nicht tot genug, aber ich habe ASA Leertaste gedrückt. Also... Oh, teleportiert habe ich vielleicht nicht. Also es ist gebrannt am Opa. Oder, warte. Es könnte vielleicht auch sein, dass du nicht leertest, dass du irgendwie rechtsklick zuerst gedrückt hast. Ich glaube, ich habe dich in Straffeuern sehen. Bin mir jetzt mal nicht sicher. Das ist nicht verarscht. Okay. Mach einfach deine Blitzschläge. Und ich chill. Das geht aber nicht. Du musst eigentlich dafür sorgen, dass ich ein Feuerschild kriege. Aber gut. Daneben nicht. Ich habe den Regen auf. Oh, fuck. Kannst du mich wiederbeleben? Naja, kann ich schon. Aber will ich das doch wirklich? Oh, fuck. Oh. Was für ein Zeichen? Ja, das ist das Zeichen. Gib mir eine Sekunde. Jetzt. Ich habe Verkörperung gewirkt. So wie er es verlangt hat. Du hättest es vielleicht, bevor es sich regeneriert hat, machen sollen. Ja, sorry. Ich musste erst mal hin scrollen, weil es ja wieder weg war nach dem Tod. Okay, okay. Ich bereite es vor. Jetzt nochmal. Ich habe es. Ja, ich glaube, er ist noch nicht so tot. Doch, da ist er. Wenn man ihn im Hintergrund sieht, kann man ihn her tun. Oh, fuck. Ich bin runtergefallen. Ja, hä? Ich habe dich gerade wiederbelebt. Hast du nicht? Ich war da noch nicht unten. Ja, das ist ja das Problem. Du bist aus der Map, aber ich muss noch warten, bis du wirklich tot bist. Hä? Der ist wieder voll. Der ist mit einem scheiß Stein da vorbei. Ja, das ist egal. Alter, da ist Assertur im Hintergrund. Können wir den jetzt... Kommen wir an den Rand? Wenn ich nicht nass wäre. Nein, fuck! Ich wollte mich gerade hochheilen. Ich wollte mich gerade hochheilen. Du stirbst die ganze Zeit. Ja, was kann ich denn dafür, wenn die mich ins denn anbahnen, die Hohensöhne? Ich sag ja nur, es ist ein Fakt, dass du stirbst. Ja, was kann ich dafür? Ich mach mal ein Schild. Nichts. Mach einfach weiter. Arbeite dran. Und ich bleib am Leben und hol dich zurück, wenn's sein muss. Jetzt wird die ganze Zeit... Na! Jetzt wird die ganze Zeit mein Teil nicht ausgeführt. Ja, ich mach mal ein Schild. Ja, ich mach mal ein Schild. Ja, ich mach einfach weiter. Wieso ist dieser scheiß Felsen eigentlich unbesiegbar hier, ey? Granate. Okay, geh mir aus dem Weg. Wieso geht denn da kein Dämmel? Du musst es wieder machen, glaube ich. Du musst es, glaube ich, wieder machen. Mach! Mach! Okay, ich hab's geschafft. Dafür kann ich schnell zicken. Ich hab's geschafft. Und zwar beningen bei billion. Bin DGold, dass die starke eine Schild wurde ver ‑‑ Probleme werden müssen. Ich vermute gleich aus dem – GU, in Karya, in D 습니까? Ich hab's die erst Allan die nochral. Vor allem hat er ehrlich zu tun. Vinnestand ich küsse, und er morart zu Jurgen. Sog fängt. Der Vorsicht ist eine Danskväniske neuer. Denn was esaha. Was ist das jetzt los? Wie die ganze Waffen da fliegen Ich weiß nur nicht mehr wie dieser Kampf genau funktioniert hat Konnten wir ihn direkt angreifen oder war das eine andere Art von Kampf? Ich habe noch nie gegen den Typen gekämpft, muss ich das wissen Wow Du könntest mich vielleicht auch wiederbeleben, aber gut Also ich warte hinter meinem Schutzschild Was für ein Schild soll ich gegen den Witteschön machen oder gegen deins? Oh, das ist richtig scheiße Sag mir, wenn du nicht mehr am Leben bist Jetzt, ich wurde gesprengt Ich wurde gesprengt Weiß nicht, ob das deine waren, aber ich wurde gesprengt Ich habe nur einen Strahl gemacht, ich kann dich nicht sprengen Nein, die Dinger sind von oben runterfallen Wieso stehst du eigentlich mitten in diesem blauen Scheißdreck da? Wie? Mittendrin? Der schießt ja noch auf die Personen Also, das ist nicht der feste Punkt, wo der das hinschießt Ich bin tot übrigens Sag mal, siehst du das nicht? Ja, ich sehe dich ja nicht Wieso siehst du mich nicht? Ich meine, ich sehe dich in meinem Sichtradius Der ganze Boden da ist voller blauer Flammen Ist er nicht Du bist gestorben Ja Hä? Ich habe eigentlich gedrückt, aber gut Fuck Oh, was zur Hölle, ey Erlebe mich wieder Ey, also ich glaube, das ist ein Nein, nicht regenerieren Stirb Wir müssen ihn rechtzeitig aufhalten Mach diesen Dampfbeam, der ist super Yes Geileser Schiff, man, ich finde Magica ist ein ziemlich cooles Spiel Hach, meine Robo und auch den Zabarabu Nett Und ihr Geileser Schiff, man, ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Spiel Ja Ja Cool Wir sind auf dem Springen Wir haben es geschafft Jetzt müssen eigentlich die Päts kommen, oder? Ja Sammle alle Magien, haben wir erhalten Können wir uns jetzt bewegen? Das ist die erste Klampe auch erhalten Level geschafft! Ach, der Klampe, ich kann wahrscheinlich nicht hören Warum geht's denn nicht weiter? So, der wird auf uns drauf Also diese ganzen blauen Flammen hier sind irgendwie nervig Aber wir müssen die nicht da Ein Elch Ein Elch Königssuche Achievement Was sagt denn der dazu? Ach, meine Pati roten Stäfe, weil ich so oft gestorben bin Kann man hier jetzt irgendwas machen? Kommen hier auch Gegner oder so? Da kann man Warte, wir haben jetzt Vortex Ich scrolls mal her Aber Ich bin echt froh Ich hatte das Spiel schwerer in Erinnerung Das heißt nicht, dass es jetzt einfach war Das wollte ich gerade machen Erlebt mich wieder Das tut mir leid Ich habe Vortex benutzt Ich wusste nicht, was das macht Hahaha Du weißt, was der Begriff Vortex heißt Pass auf, nicht, dass wir beide da reingezogen werden Ich weiß nicht, ob wir noch sterben können in Credits Naja, du bist gerade verreckt Ich würde dazu sagen, ja Ja, aber ich meine so, dass wir komplett game over gehen, weißt du? Ich will die ja schon durchlaufen lassen Die Leute da oben Ja Special thanks Ich frage mich, wie das bei dir ausschaut, wenn die immer noch in den Flammen sind Es werden weniger, aber hier liegen noch ein paar davon Oh Kann man die wegwehen? Die kann man wegwehen Okay Warte mal, was sind welche? Ich schaue, ob ich sie einsaugen kann Nein, es ist keine mehr da Achso, okay Sind eh immer weniger geworden Sieht schön aus, warte mal, kann ich das auf die Credits machen? Ich bin mir nicht sicher, ob man das gezielt einsetzt, oder ob es einfach irgendwo landet Danke, fürs Umbringen Scheinbar landet es beim Mauszeiger Natürlich, das ist bei sehr vielen Spells der Fall Und das ist ja nichts, dass der Gegner angreift Warte mal kurz, ich muss unbedingt Was denn? Du hast ausgedrückt Wehe, du bringst uns um Nein, ich erwecke Tote 50 in denselben Vortex, Dennis Ich weiß, was das heißt Warte mal, vielleicht sind meine Toten andere als deine, schaue wir mal QR R D S R Ich glaub, so viel Wir passen hier gar nicht mehr rein End of Fights Alter, ich beschwöre doch nicht bei mir Braust noch ein paar Kills, Alter, ich beschwöre mich immer wieder da rein Na, wieviel bist du schon? Na ja, gut, nachzählen kannst du ja nicht Aber es müssten jetzt schon mindestens... Keine Ahnung, ob es überhaupt funktioniert mit meinen eigenen Toten Es müssten jetzt schon mindestens so 30, 40 gewesen sein Tschüss Aber ich hab die Totenerweckung relativ schnell geklickt Ich glaube, das Vortex gehen nicht weg, solange was eingesaugt wird, kann das sein? Möglich Es sieht so aus, ich weiß nicht, wie lange das schon da steht Ich hab mich schon gefragt, wie das gehen soll mit den 50 Das erklärts Ja, mach das jetzt mal, die ganzen restlichen Credits nochmal, schauen ob du es hinkriegst Ich glaub, die eigenen zählen nicht Es müssten jetzt, also wenn ich 10 mal 5 Typis rufe, dann sind das 50 Oh Hab nix bekommen Oh Magik, ja, an Adventure of Swords Und damit haben wir die Hauptkampagne Und was passiert jetzt noch? Abgeschlossen Muss ich was klicken, oder? Äh, du bist jetzt wieder im Hauptmenü Ach so Ich hab's mal verwundert, das geschlossene Buchsreformel liegen zu haben Und wenn ich mich irrekommt, als nächstes Die Sterne liegen schlecht Ja, die Sterne liegen schlecht Und danach, also Wenn wir es so machen, wie es hier drin ist Danach Vietnam, dann Der Münze anderen Seite Dungeons & Demons Und Verliese und Wasserspeier Genau Übersetzung vor de Wien Aber, das wird erst im nächsten Part passieren Warum hab ich denn jetzt wohl CPU-Auslastung? Ach egal, also wir werden nicht vergessen und ciao Tschüss! Das ist das Das ist das Das ist das